Fit in den Ring, gesund ernährt, mit Mami-Bauer, Aktivmarkt, vielen Dank für die Plakatwerbung, ist nicht üblich. Best Fights, sicher zum Ziel. Thin Bike on Tour, 20.04.2013, vorbeischauen bei Mertel, Nordring, Nürnberg, ItaloCast, all the best. Wir leben nicht nur Lebensmittel, auch Mensch, Nähe, all the best. Thin Bike on Tour, World Wide.